Ja, das ist das gleiche, aber ich glaube, da brodelt es ganz schön animiert. Lass uns da nochmal in der Ersatzpause gerne drauf zurückkommen. Erinnere mich bitte dran. Aber jetzt schauen wir erstmal noch diese Rallye. Unglaublich. Also das Zwischstern ist auch ganz hoch. Oh, da hat man eigentlich gesehen, wie man doch rüber spielt. Wahnsinn hier. Jobblock hier von Samsonov und ich muss sie von ganz unten rausnehmen. Oh, Wahnsinn. Also Wolf versucht es hier wieder. Er nimmt es mit dem Lächeln. So, und jetzt. So, und Boll holt sich. Auch diesen Satz gewinnt das Spiel. Zieht ins Halbfinale ein in einer sehr, sehr starken Viertelfinalpartie. Oh. Oh! 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 Spannende Musik Bravo! Applaus Applaus Olsen One with a C, the other with a K Good backhand flick Oh, a lovely return Oh, that third ball is getting to Koki Just take Oh, that's what we do Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sampsonhoff ist so consistent. ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's in der Zone. Wow, was a fantastisch. Wir haben hier noch ein paar Punkte. Das war's für heute. Sampsonov Wiley Slow bouncer and Sampsonov Up against each other ten times Sampsonov probably comes out on top, the majority Heraldo almost had it, Sampsonov receives a big cheer from the crowd and why not, he was in control of that rally but he still had to put the balls in a place where it would fall for him as he would have hoped Once again, catches him going